Um die verschiedenen Messmodi des Testo 557 auszuwählen, betätigen Sie die Taste Mode. Sie gelangen zuerst in den Modus Temperaturkompensierte Dichteprüfung. Hier können Sie Druckveränderungen in der Anlage über einen bestimmten Zeitraum betrachten. Über erneutes Betätigen der Taste gelangen Sie in den Vakuummessmodus. Hier sehen Sie den gemessenen Absolutdruck und die dazugehörende Verdampfungstemperatur von Wasser bzw. Feuchtigkeit. Über erneutes Betätigen gelangen Sie wieder zurück in die normale Messansicht. Hier sehen Sie die Drücke und gemessenen Temperaturen.